Gut... Ich bin ja noch Ze touche im Invitar, he? Jaja, bamfapapaa. megshade, voll wenige Prozession. Sicher nur bei einem Sturmgewehr... unleining Striker und opposite babybilitor__. Immer noch zu wenig, ja... Prezisionsgewehr Rieper. Auch nicht gut. Ihr werdet sicher auch besser ausgerüstet sein, ich denke es mal. Ja, sie sind momentan alle gleich ausgerüstet. Gut, gut. Man muss sicher nicht anlehnen. Wie all D und S können sie zum Zentral-Kerforsuch? Vorsicht, Sicherheit, Bruder. What? Starten, manuelles überbrücken. Wow, 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 what? Oh, okay. Was? Ich stelle mich auch wieder super an, ich probiere es mal hier. Oh je. Steht es doch auf der anderen Seite. Wow. Beheilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Wer sind die? Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Borren und habe die Ausgrabung geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier arbeiten. Jawohl, genau darum. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Oh. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Untersuchen auf Wiedersehen. What? Untersuchen. Sender. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich miterhalten. Es könnte die grösste wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Ein bisschen grösseres Ende. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiss schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte. Manuel, halt deinen Maul. Was gibt es sonst noch zu wissen? Ihr Assistent, was ist mit dem los? Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Boah. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Okay. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es keine Rind gibt, keine Hoffnung? Jetzt war langsam mit, der junge Pferd, gell? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Kann ich ihm das Maul stoppen? Nein, nein, jetzt gehen wir. Williams, bringen Sie uns zum Romhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Jetzt komm runter, gell? Pst, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Jo, Brudy. Jo, jo, jo. Mit einmal anfangen? Ihr könnt ja froh sein, steck dir nicht da oben drauf. Da hinten liegt noch etwas. Was bist du? Upgrade-Kit? Devil or InnerFraid? Ja, ja. Mittelschwer, Mensch. Juiui. Juiui. Jetzt habe ich schon den Biotik. Kroganer, Mensch. Schwer für den Menschen. Kein Biotikschutz. Brauche ich den hier? Hat es irgendjemand Biotik drauf? Kann ich eh nicht anlegen. Also, Pistole, bla 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 bla. Nein. Gut, gut, gut. Helm auf und absetzen. Auf oder ab? Auf oder ab? Auf. Ab. Ab. Ist das jetzt blöd? Ja, dann kommen wir Leggner. Hier können wir upgraden. Panzerbrechend, Pfasen, Munition, chemisch. Die sind jetzt schon. Die sind schon. Die sind schon. Die sind schon beliebt. 30 Giftschaden. Macht das bei allen Schaden? Und bei den Mechviechern auch? Oh. Pfasen müssen wir noch energetisch ein paar Artikelstrahlen geben. Oh, 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 oh. Schild umgeben und minus 30% auch nehmen. Das wollen wir nicht. Also, sie sind besonders tätische Ziele geeignet. Schauen wir das rein. Fertisch. Gut, das habe ich noch nicht. Gut, gut, gut. Ich habe jetzt die Panzerbrechende Muni. Äh, wo geht es weiter? Habe ich auch eine Map? Yay! Nein. Logisch, da hinten geht es weiter. Ich habe vergessen. Eigentlich wollte ich den Helm wieder... Ja, ja, ich habe es verstanden. So. Ist doch etwas unprofessionell, wenn ihr nicht mit dem... Jetzt hört es mal auf mich zu unterbrechen, wo zu... Was ist denn mit dem da hinten? Ist das nicht einer von deinen Broodys? Saren! Saren. Saren! Yay! Das ist nicht ihre Mission. Was machen sie denn hier? Der Rat dachte, sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Gate hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Ui, 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 ui! Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Ui, 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 ui. Ähm, ja, ich bin leicht überfordert. Das Viech ist leicht gross. Hat der Typ gerade den Eilus weggeballert? Ich glaube es ja nicht. Wie frech! Wow, 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 hör auf so! Weg mit dem! Weg mit dem! Himmel Arsch! Oh! Oh! So ein Scheisshusk hier drinnen! Tuss, Tuss! Oh, oh! Damn! Husk! Boom! Oh, Sniper! Was? Überhitzung! Jetzt schon! Oh, okay. Huh! Immer langsam mit den jungen Rösslern, gell? Himmel Arsch! Haben die dort unten eigentlich... Ist das, ist das, ist das... Ach du Scheiss! Die haben jetzt wirklich den Eilus weggeballert? Ja, Himmel Arsch! Nachher war sie noch im Ersten. Kannst du schauen! Fuck, shit! Ja, ja, ich weiss, dass wir wieder aufstehen! Nein, Sturmgewehr! Dankeschön! Dankeschön! Das sieht ja geil aus! Eindämmungszelle, what? Nihilus! Es ist Nihilus! Nein! Nein, nein! Sie haben blaues Blut! Huhu! Ein Turianer? Sie kennen ihn? Ja... Er ist Inspektor. Er war bei uns auf der Nord... Da bewegt sich was! Hinter den Kisten! Augenblick! Nicht, nicht, nicht schiessen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Sie sind ein Feigling! Hahaha! Sie müssen vor... Nein, ich würde gerne wissen, wer er ist! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es... Es tut mir leid! Ich habe mich versteckt! Vor diesen Kreaturen! Ich heisse Paul! Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist! Der andere hat ihn erschossen! Der andere? Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier! Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte! Ich glaube, sie kennten sich! Ihr Freund schien entspannt zu sein! Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn! Schoss ihm direkt in den Rücken! Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat! Und dann? Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Nihilis getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf! In Richtung der anderen Plattform! War wahrscheinlich hinter dem Sender her! Ich wusste, dass er... Das gibt Ärger! Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los! Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff! Sie töteten jeden! Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot! Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance! Ich... Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann! Das klingt reichlich unrealistisch! Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt! Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen! Also habe ich mich in meine Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte! Das klingt wie so... Ich brauche jetzt einen Ausritt, dass ich hinter den Kisten gelegen werde! Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Glücklicher Zuhaar! Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen! Ja, stimmt schon! Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken! Gut, lassen wir das hier in Ruhe! Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist! Nehmen Sie den Frachtzug! Den hat auch der andere Turianer genommen! Ich... Ich kann nicht hierbleiben! Ich muss von hier weg! Ja! Die Fuss ist nicht mehr hinter der Kiste, hast du gehört? Speichert Inhal... Wie geil! Der Kai da vorne ist wieder mal voll... Was? Könnt ihr aufhören, da so viel Scheiss zu machen? Dankeschön! Woher sind jetzt die gekommen? Himmelarsch! Oh! Ich bin ja noch unten! Mitkomme! Das ist gut, Anweisung ihnen zu folgen! Ich glaube der... What?! Was? Was? Hey du! Geh mal nicht kaputt! Versteck dich! Sind wir unsterblich? Oder was läuft? Es sind alle kaputt! Wut! 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 Die Stunde! Scheiss! Wut! 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 Position halten! Bewegen! Achso! Leute, das ist so... Boah! Ich würde jetzt erstmal meine Waffen wechseln, denn Snipey nützt mir hier gar nichts. Kann ich auch Granaten werfen? Wut! 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 Oh mein Gott! Ich sache so! Ich überlebe wenigstens! Bist du jetzt fertig wieder auf? Bleck mir! Du brauchst du lange! Meine Fresse! Wut! Wie lange brauchst du? Wirst du dich auch nicht verbucken oder so? Oder verstecken oder keine Ahnung? Position halten! Angreifen! Nein! Hallo! Wut! Alles muss man selber machen... ... hier sind ja mal zu gar nichts... Kann ich denen jetzt irgendwie helfen? Oh, ich habe etwas aktiviert... Ein Shield... Nööööö... Oho! 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 Jetzt mal langsam in die junge Pferde! Ja, 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 ich habe es verstanden. Letztens mal schon weiterbienen. Himmel, Arsch! Pferd nach oben! Los! Ja, nein stimmt, wir sind gerne hier. Himmel, Arsch und Zwirn. So, jetzt ganz... Wo ist der Keiden? Die Keilen wir jetzt noch eine Runde. So! Ich Genie! Nein, 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 da! Wo sind die Vögel jetzt? Folgen! Miko! Ei, 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 ei! So, jetzt runter! Nein, runter! Da oben! Uiuiuiuiui! Uiuiuiuiuiui! Du, wo ist er? Da! Nein, 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 voll nichts! Voll nichts! So, jetzt! Ich treffe den ja immer noch nicht, oder? So der Scheiss! Kann ich mich eigentlich auch irgendwie selber heilen, sonst wäre er noch... Oder regeneriert mich? Nein, jetzt greifst du durch, habe ich gesagt. Könnt ihr euch eigentlich auch mal decken oder so? Geht mal dort hinten. Was kann ich da eigentlich drücken? Angreifen, Position halten. Ihr müsst da eigentlich gar nichts anderes machen, ausser euch mal eine Entdeckung zu geben. Eigentlich. Meine Güte. Tust du mal eine Position halten und du sollst eine Position halten. Ich schalte mal auf die Ascheiss-Pump-Kanone. Und im Schuss enthalten. Blablablabla. So. Das B hier gehen wir jetzt down im Fall. Ohne Scheisse. Ich würde mich so abpissen. Und du. Ach. Kannst du hören, ich komme jetzt mal nicht auf das Schiss-Schiff. Oder? Na was? Na was? Mh. Aaaaah! Ah! So. 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 There you are. So. Geh mal dorthin. Los, mach das Ding kaputt und ich gehe wieder auf. Ich glaube, ich habe es langsam begreifen. Ich weiß nicht, ob ich die Baller noch heissen werde.